what's poppin youtube teddy die dragon ist wieder für euch am start und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen challenge heute werde ich drei crocs essen drei große crocs leute ich wünsche euch viel spaß dabei und diese crocs werde ich runterspülen mit einer sprite es Der erste Crock, den ich essen werde, ist ein Crispy Chicken Crock. Das 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 ist ein Crispy Chicken Crock. Crock 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 jest in unter 8 Minuten geschafft. Das war's für heute. 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 Boah, Leute. Das war's für heute. 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 Und zu guter, Leute. gönne ich mir noch ein, ein Krok, und... 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 ... und... 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 Leute, diese drei Crocs... die stopfen mehr als die sechs McDonalds Burger. Aber ich schaffe es Leute. Oh, shit. Wow. 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 Boah. 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 Okay. Oh Ich hab's wieder mal geschafft, Leute. Ich hab's wieder mal geschafft, Leute. So, Leute, folgt mir auf Instagram und TikTok. Da heiße ich Teddydandy. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.